Beachte bitte unseren Disclaimer. Heute sprechen wir über das blaue Gold der Zukunft. Wir sprechen über Wasser. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Branchenchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir werden auch heute versuchen, dich wieder mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Und wir haben schon gesagt, es ist ein wirklich weitreichendes Thema, über das wir heute sprechen. Marcel, wir haben drei Unternehmen mitgebracht und am Ende gibt es natürlich wie immer auch einen ETF. Es bleibt spannend. Marcel, über welche drei Unternehmen sprechen wir denn heute? Heute soll es um Veolia gehen, Xylem und natürlich American Water. Am Anfang sprechen wir natürlich wie immer über die Fakten. Und wie ihr es gerade bei uns im Video gesehen habt, haben viele Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Fakt Nummer eins ist, die Wasserkrise geschieht jetzt. 2,2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Eine unfassbare Zahl. Rund 785 Millionen Menschen haben noch nicht einmal eine saubere Grundversorgung mit Trinkwasser. Betroffen sind vor allem Menschen oder Familien in den ärmeren Regionen der Welt und dort vor allem in den ländlichen Gebieten. Zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt, Allerdings sind nur 0,3 Prozent davon trinkbar. Wasser muss nicht nur sauber, sondern auch sicher sein. Und hier hat UNICEF vom sicheren Wasser gesprochen. Und das bedeutet einfach, dass Menschen von zu Hause aus Wasser zugänglich haben, bei Bedarf eben einfach so wie wir einmal sauberes Wasser aus der Leitung, aus irgendeiner gewissen Quelle sicher beziehen können, ohne jetzt darauf warten zu müssen. Fakt Nummer drei ist, ohne Wasser und Hygiene verbreiten sich Krankheiten besonders schnell. Gerade in diesen Zeiten ist das ja auch eine starke Thematik. Open Defectation ist weiter verbreitet, als man das denkt. Ja, wir gehen ganz normal auf die Toilette und andere Menschen müssen eben tatsächlich ihr Geschäft einfach noch ganz normal in der Natur machen, wie das eben früher vielleicht so war. Wir gehen selbstverständlich auf die Toilette, können spülen, haben dort auch wieder Wasserzugang. Und andere Menschen können das eben noch nicht. Fakt Nummer fünf. Wie immer, die Kinder sind am meisten gefährdet. Noch immer gehören der Mangel an sauberen Trinkwasser und Hygiene zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern unter fünf Jahren. Das zählt natürlich auch für Babys, denn Babys, die unter unhygienischen Bedingungen geboren werden, sind natürlich viel gefährdeter für Krankheiten, für den Tod natürlich auch. Und ja, auch hier spielt es natürlich eine Rolle, dass man nicht Hände waschen kann und die Hygiene nicht einhalten kann. Laut UN verfügt jedes vierte Krankenhaus weltweit nicht überfließendes Wasser und Seife zum Händewaschen. 21 Prozent haben keine einfachen Toiletten. Fakt Nummer sieben. Wassermangel verhindert Schulbildung. Wenn Kinder täglich lange Wege gehen müssen, um Wasser für ihre Familie zu holen, verpassen sie oft die Chance, zur Schule zu gehen. Der Klimawandel macht es eben noch schlimmer. Das sich veränderte Klima wirkt sich natürlich anders auf Niederschläge aus, natürlich auch auf die Wasserknappheit der Flüsse. Und das ist natürlich auch eine Frage der Intensität, der Dauer und der Verteilung über die Jahreszeiten hinweg, die sich ja permanent dann auch verändern. Punkt Nummer neun. In Konflikten und Krisenregionen auf der Welt haben Kinder doppelt so häufig keinen Zugang zu Wasser. Und Nummer zehn, und das ist auf jeden Fall ein Fakt, wir müssen mehr tun. Und wir können auch was tun, indem wir uns am Eigenkapital an Unternehmen beteiligen, die auch hier in diesen Bereichen und in diesen Märkten zuständig sind. Ein Großaktionär, der mir hier spontan einfällt, ist Bill Gates. Ja. Er sorgt mit seinen Investitionen über die Bill & Melinda Gates Foundation wirklich ganz stark, dass Menschen Zugang zu Impfstoffen bekommen weltweit. Aber natürlich setzt er sich auch enorm für sauberes Wasser ein. Marcel, wie findest du dieses Thema, in Wasser zu investieren? Ja, also grundsätzlich werden dann immer ganz schnell mal Stimmen laut, die eben sagen, dass Wasser kein Spekulationsobjekt ist. Und das ist ja richtig. Und darum geht es uns ja heute auch nicht. Genau, heute geht es ja vor allen Dingen darum, dass man nicht mit Wasser spekuliert, sondern eben dahin investiert, dass man den Ausbau, die Innovation, um Wasser aufzubereiten, um es zugänglich zu machen, also auch die Infrastruktur, um Wasser jeden, bestmöglich jeden zugänglich zu machen, einfach stärkt und stützt eine Investition in die Unternehmen, ermöglicht den Unternehmen natürlich auch weiterhin zu expandieren und weiterhin auch Struktur oder eben auch Zugänge zu ermöglichen. Und das eben auch in den letzten Ecken dieser Welt, wo das bisher schwierig ist oder wo es eben auch problematisch aufgrund des Klimawandels ist. Genau, dies kann man natürlich machen, indem man direkt in Unternehmen investiert oder zum Beispiel über ein ETF oder einen aktiv gemanagten Fonds investiert. Wir haben heute beispielhaft zwei Versorger mitgebracht, einen aus der USA und einen aus Europa, sowie Xylem, ein Unternehmen, was im Bereich Wassermanagement tätig ist. Am Ende gibt es natürlich für alle, die immer noch sagen, Mensch, ich möchte in diese Branche noch größer, noch breiter investieren, auch den passenden ETF. Und wir starten jetzt mit American Water Works. American Water Works ist ein amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen, hat aktuell ca. 18 Millionen Kunden in 29 US-Bundesstaaten und in Kanada. Also jeder, der in einen Wasserversorger investieren möchte, in der USA, der ist doch bei American Water Works genau richtig, oder Marcel? Ja, richtig, genau. Das ist ein doch sehr, sehr vorbildliches Unternehmen. Das sieht man auch an den Kennzahlen und Leute, schaut euch doch einfach mal den Chart an. Es ist natürlich grundsätzlich wichtig, dass man immer wieder frisch das Wasser aufbereitet, dass auch ganz normal die Bevölkerung zu Leitungswasser kommt, das eben auch sauber und verträglich ist. American Water Works als Versorger natürlich ein eher defensives Investment, aber eben auch aufgrund des hohen KGVs sieht man schon, dass hier die gewisse Sicherheit, die dann einfach auch dabei ist, einfach schon mit eingepreist ist. Und wir sehen auch, obwohl es ein hohes KGV gibt, aber Durchschnittsperformance der letzten 10 Jahre 20% im Schnitt, der Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Er bemängelt das Umsatzwachstum, die Rendite auf das eingesetzte Kapital und die Verschuldung. Aber hättest du im Jahr 2008 1.000 Dollar investiert, wären daraus auch schon 7.516 Dollar geworden. Und wir sehen jetzt hier auch beim Chart natürlich auch, dass die Schere zwischen Chart mit und ohne Dividende immer größer wird. Das heißt, wenn man die Dividende auch regelmäßig wieder reinvestiert, dann hat man hier einfach den Vorteil des Zinseszinseffekts. Wir sehen auch seit 2010 hat man sehr stabile operative Margen, also American Water Works arbeitet hier auch an sich. Marcel, was sagst du, was sagt denn der Chart? Genau, auch kurzfristiger ist der Chart natürlich weiterhin im Takt. Wir sehen hier einen tollen Aufwärtstrend. Auch zur Corona-Krise ging es zwar ein gutes Stück nach unten, aber innerhalb von wenigen Handelstagen ging es wieder auf die alten Niveaus zurück. Das V war hier innerhalb von wirklich wenigen Tagen auch erledigt. Dann ging es nochmal kurz runter, aber seitdem der Aufwärtstrend wieder aufgenommen und es geht weiter in Richtung 160, 170 Dollar. Hier kann man immer wieder so kleine Rücksetzer nutzen, um doch einzusteigen oder aufzustocken, je nachdem. Ich glaube, von der Sicherheit des Investments gibt es eigentlich nicht wirklich, ja, also sicherer Rest gibt es eigentlich in dem Falle nicht, weil man hier nicht wirklich mit einem großen Crash rechnen muss, also muss das Unternehmen schon einen großen Vorpaar leisten. Aber das ist ja dann doch relativ unwahrscheinlich. Einstiegsmöglichkeiten sind wahrscheinlich hier immer, wenn der gleitende Durchschnitt der 200-Tageslinie erreicht ist, oder? Richtig, genau. Immer wenn er den entweder schneidet oder wenn der Chart dem Ganzen nahe kommt, so auch wie eingezeichnet hier in dem grünen Pfeil, wenn man die untere Kante, das müssten ja so knapp 140 Dollar sein, dann kann man das einfach auch nutzen und hier langfristig den ersten Fuß in die Tür setzen. Gegebenenfalls natürlich wieder aufstocken, wenn der Kurs innerhalb des Aufwärtstrendes wieder zurücksetzt. Solange der Trend fortgesetzt wird, ist er eigentlich super attraktiv für die Anleger. Für wen ist American Water geeignet? Und wir sind hier der Meinung, die fundamentalen Daten geben uns recht, trotz des hohen KGVs, buy and hold. Und American Water zahlt regelmäßig eine Dividende, viermal im Jahr und Dividendenwachstum gibt es auch. Unsere Meinung ist buy and hold. Marcel, kommt dieses Unternehmen bei dir auf die Watchlist? Nicht direkt, weil ich glaube, es gibt noch interessantere Investments, aber eigentlich müsste man hier stumpf reingehen und einfach 20, 30 Jahre gar nicht reinschauen und dann sich über die Rendite freuen. Das auf jeden Fall. Aber du musst immer mal wieder reingucken, weil natürlich auf deinem Verrechnungskonto auch immer die Dividenden ankommen. Richtig. Wir kommen jetzt von der USA, von einem Wasserversorger zu einem Wasserversorger in Europa. Veolia ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Paris in Frankreich. Die Geschäftsschwerpunkte sind Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung und Energieversorgung. Veolia versorgt weltweit 100 Millionen Menschen mit Trinkwasser, entsorgt Abwasser von 71 Millionen Menschen und betreut 40.000 Industriekunden. Wenn du das hörst, wenn dir das jemand erzählen würde, was würdest du sagen zu diesem Geschäftsmodell? Wahnsinn, wie breit aufgestellt und wie doch sicher sein muss aufgrund der ganzen Industrie. Natürlich auch, weil die Menschen immer wieder Trinkwasser brauchen und auch Abwasser produzieren. Ich sehe ja auch manchmal Müllwagen von Veolia und auch so Container. Aber Marcel, wir müssen dich leider enttäuschen. Schau mal hier, die Umsätze fahren doch eine ziemliche Achterbahn. Die operative Marge ist nicht hoch. Klar, das KGV ist deutlich unter dem von American Water Works. Der Markt ist also bereit, weniger zu bezahlen für dieses Unternehmen. Und das hat auch einen guten Grund. Der Qualitätsscore 4 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Umsatzwachstum, EPS-Wachstum, die Eigenkapitalrendite, die Nettogewinnmarge, die Performance, die Finanzverschuldung und die Durchschnittsperformance der letzten 10 Jahre minus 0,17%. Wäre vermutlich positiv, wenn die Dividenden drin geblieben wären im Unternehmen. Und hättest du im Jahr 2000 1.000 Euro investiert, wären daraus geworden 596 Euro. Man kann dazu einfach nur sagen, der Staat oder das Land Frankreich ist nicht sehr unternehmerfreundlich. Und man hat hier sehr hohe Steuern, mit denen man einfach auch kämpft als Unternehmen. Man will ja auch versuchen, Suez, einen direkten Wettbewerber in Europa mit zu übernehmen und hier einen Global Champion auch zu formen. Aber dieses Unternehmen, ich bin doch sehr schockiert, dass in der USA, glaube ich, würde eine Veolia deutlich besser laufen. Es wäre sowas wie ein American Water Works, gepaart mit einer Waste Management. Und würden diese zwei Unternehmen zusammengehen, würde ich auf jeden Fall sagen, das macht so viel Sinn, du kannst so viel Synergien heben und Veolia schafft es hier einfach gar nicht. Wie siehst du das denn? Ja, das liegt aber vor allen Dingen daran, dass man hier auch Missmanagement hat und das über die Jahre hinweg aufgrund natürlich der hohen Steuerlast. Und so ist es einfach auch ein Ergebnis dessen, dass man, wenn man als Staat zu viel Steuereinnahmen nimmt von Unternehmen, dass die Unternehmen eben nicht schlagkräftig genug sind, um vielleicht auch mal so eine Übernahme auch sauber hinzubekommen. Man muss hier permanent Engineering betreiben, um solche Unternehmen einfach wieder attraktiv zu machen. Und das muss ja nicht sein, wenn da könnte man als Staat durchaus, doch vor allem, wenn man weiß, dass es ein Versorger von so vielen Menschen ist, dass man hier vielleicht einfach ein paar gewisse Vorteile gibt oder vielleicht einfach grundsätzlich die Unternehmenssteuer senkt. Wir hatten 2019 ein KUV von 0,4. Unglaublich, oder? Ja, wo liest man das noch? Wahnsinn. Was sagst du denn zum Chart? Sagt der genauso viel aus wie die fundamentalen Daten? Ja, langfristig haben wir es schon gesehen, kurzfristig. Naja, die Corona-Krise hat hier erstmal einen richtigen Schock ausgelöst. Hier ging es von 28 aus 16 Euro runter. Und naja, die Erholungsbewegung, Fehlanzeige. Sehe ich bis jetzt noch keine. Stattdessen ging es sogar nochmal runter auf die 16. Wir sehen es hier an den zwei grünen Pfeilen. Zumindest ist da der doppelte Boden, der da gehalten hat und dann erstmal wieder für Kauflaune sorgte, aktuell bei 20 Euro. Ja, die Frage ist jetzt, wo kann der Kurs noch hingehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die wahnsinnige Rallye ausbricht, davon mal abgesehen, sieht man auch, dass hier nicht eine Riesenvalidität da ist. Denn, ja klar, die Tiefs hier im Bild sind ungefähr bei 16 Euro und die hoch sind bei 28. Das ist zwar prozentual vom Tief zum Hoch schon nicht ganz ohne, aber über den Zeitraum hinweg, naja, haben wir auch schon deutlich höhere Anstiege und, naja, auch Abstiege gesehen. Daher nicht sehr attraktiv. Wir sagen ja immer, man muss sich mit den Unternehmen auseinandersetzen, in die man investieren möchte und für uns ist es wirklich geeignet, eigentlich nur für einen Spekulanten. Ja, jemand, der überzeugt ist, dass Veolia ja vielleicht auch wieder auf den Wachstumspfad zurückkehrt oder vielleicht auch bessere Kennzahlen bekommt. Aber ein Unternehmen von dieser Größe müsste eigentlich eine Cash-Cow sein, Aktienrückkäufe tätigen wie verrückt und auch die Dividenden deutlich jedes Jahr anheben können. Aber nein, sie sind verschuldet bis zum Umfallen. Das ist einfach hier auch der Fakt. Sie sind die SPD der Versorger. Genau. Sie müssen sich wahrscheinlich sehr mit sich selber beschäftigen, selber an sich rumbasteln, dass es wieder funktioniert. Und da scheint mir doch irgendwo was in der Struktur seit Jahren zu hinken. Und deswegen ist Veolia für uns auch ganz klar kein Kauf. Ich glaube, du gibst mir recht, wenn ich sage, wir würden definitiv American Water kaufen. Wie der Markt auch. Ja, das stimmt. Wir geben dem Markt recht. Wir geben dem Markt einfach recht, weil die KGVs kommen ja nicht von irgendwo her. Die Beliebtheit dieser Aktie zeigt ja auch der Kurs über die Jahre hinweg. Ist natürlich fast nicht zu vergleichen. Unglaublich. Machen wir weiter mit Xillim. Xillim ist ein US-amerikanisches Unternehmen, welches Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie analytische Geräte herstellt. Und das klingt doch schon ziemlich cool, oder? Klingt aber erstmal so, als könnte man sich gar nicht so schnell was darunter vorstellen. Was bedeutet das? Wir haben auf die Seite geguckt und festgestellt, dass es eben darum geht, wirklich Wasserleitungen zu verliehen. Managementsysteme. Also wirklich, wenn man jetzt als Stadt bei Null anfängt. Smart Water, kann man das sagen? Ja, wenn man als Stadt bei Null anfängt und eine Art Kanalisation benötigt, eine Stromversorgung, dann braucht man eben auch eine Wasserversorgung, um die Häuser anzubinden. Und da kommt Xillim eigentlich relativ schnell ins Spiel, weil man hiermit doch das Management so löst, dass man jedem Haushalt einen Wasseranschluss geben kann. Also so die Grundstruktur, die hier erstellt wird und natürlich auch bei anderen Geschäftsbereichen, wo Wasser aufbereitet wird, nicht nur bei der Versorgung. Genau, Defektionsanlagen und so weiter und so fort, zählen hier mit rein. Und wir sehen auch, die Umsätze gehen doch relativ konstant nach oben. Die operative Marge ist auch solide. Und die Durchschnittsperformance der letzten neun Jahre, 16,04 Prozent. Hättest du 2011 1.000 Dollar investiert, hätte sich auch schon fast alles vervierfacht. Also damit können wir leben. Qualitätsscore, 14 von 15 Punkten. Die Stabilität des EPS-Wachstums wird ein bisschen bemängelt. Aber ich glaube, das liegt auch aktuell eher an Corona, dass die Kommunen jetzt nicht so viel investieren können in diesen ganzen Bereich, ja in diese Thematik Wasser auch. Aber wir haben gesehen, sie sind auch global aufgestellt. Und ich glaube, wenn die Corona-Krise vorbei ist, werden auch die Umsätze und Gewinne bei Xillim wieder anziehen. Was denkst du? Ja, richtig. Und Xillim ist auch abhängig natürlich von dem Sinken der Armut auf dieser Welt. Also sprich, mal gesponnen eine Stadt oder ein Dorf irgendwo. Wir haben es ja gerade gehört. Genau, bei den Fakten irgendwo, dort, wo wirklich noch kein Trinkwasser oder noch eine Wasserversorgung besteht. Die können natürlich auch erst dann investieren, wenn dort Geld da ist. Und jetzt hat man natürlich die Corona-Krise. Diese Krise trifft nicht uns unbedingt. Und ja, es gibt sicherlich ein paar, die ihre Geschäfte zumachen müssen, die vielleicht arbeitslos geworden sind. Aber das ist alles noch ein totaler Wohlstandsfaktor im Vergleich zu denen, die jetzt eben keine Arbeit mehr haben und wirklich jeden Tag nicht wissen, was sie essen sollen oder trinken sollen in dem Falle. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Katastrophe. Da könnte man, ich sage ich mal, nicht nur unterstützen, um diese Probleme zu helfen, aber man ist bei Xillim schon abhängig natürlich auch von den Investitionen der Staaten, um dann eben solche Städte aufzubauen. Was sagst du denn? Nimmt der Chart ein Corona-Ende vorweg? Ja, als wir noch die Updates gemacht haben, kann ich mich noch erinnern, war Xillim eben in dieser Seitwärtsphase, die ziemlich unerträglich war, glaube ich, für die Anleger. Denn es ging relativ... Ein Jahr lang. Ja, volatil, aber auch sehr volatil. Dann immer wieder die Hoffnung des Ausbruchs. Wir sehen hier einen Fehlausbruch. 2020, dann kam ja eben diese Corona-Krise, weshalb dann der Kurs wieder eingestürzt ist. Und ja, es ist natürlich schwierig. Insgesamt der Aufwärtsrend weiterhin trotzdem intakt, langfristig im Big Picture. Jetzt ja dann doch der Ausbruch und man ist ja sogar fast in Richtung 100 Dollar hochgegangen. Jetzt gibt es sicherlich nochmal einen Rücksetzer. Das wäre zumindest charttechnisch deutlich denkbar. Ein Einstiegsszenario sehe ich hier an der oberen Kante der Seitwärtsphase bei etwa 80. Dort könnte man auch relativ frühzeitig, wenn man wirklich möchte, einen Stopp setzen. Wenn man sagt, oh, ich würde es eher als Trading-Position sehen für Langfristinvestoren, wartet auf den kleinen Rücksetzer, der wird sehr wahrscheinlich eintreten. Du hast es gerade schon gesagt, vom Anlegertyp her könnte man das als Trader spielen. Buy and Hold wäre auch eine Option mit einem langen Atem, aber auch Dividendenwachstum. Xylem zahlt auch viermal im Jahr eine Dividende. Unsere Meinung ist Buy and Hold. Ja. Nachdem wir jetzt die drei Unternehmen vorgestellt haben, ist natürlich die Frage, welche Branche darf es nächste Woche sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare und die Abstimmung bei Facebook startet jetzt. Aber wir machen jetzt natürlich nicht Schluss. Jetzt kommen wir zum passenden Branchen-ETF und wir haben einmal mitgebracht den iShares Global Water und die zehn größten Einzelpositionen und deswegen haben wir sie heute auch besprochen, sind Xylem mit 9,5%, American Water Works mit 9,2% und Veolia mit 4,9%. Geberit kennen wahrscheinlich einige auch aus dem Haushalt. Toiletten und Waschbecken stellen sie natürlich auch her. Mir gefällt das ganz gut. Auch hier die Aufteilung finde ich sehr schön. Wir sehen 44% USA, Großbritannien mit 18%, weil wir hier auch Versorger haben wie Pentair oder Halmer PLC. Dazu haben wir natürlich auch noch die United Utilities Group oder auch Seven Trend. Also hier sind alles Wasserversorger aus Großbritannien. Und jeder, der unserem Aktien-Podcast auch zugehört hat, der weiß, dass es aktuell eine Aktienchance, eine Chance geben könnte für Aktien aus Großbritannien. Vielleicht könnte man sich diese auch mal genauer anschauen. Ich habe jetzt meine Frage an dich, Marcel. Wie würdest du dieses Thema Wasser jetzt spielen? Über einen ETF, über einen Einzelwert und wenn ja, aus dem Bauch heraus, welchen Einzelwert würdest du jetzt hier kaufen? Das ist eine sehr schwere Frage. Ich kann jeden verstehen, der hier den ETF wählt. Ich selber würde schwanken zwischen Xylem und American Water Works. American Water Works wäre vielleicht eher so die sichere Bank, die man im Dividendendepot oder im Langfristdepot einfach implementieren kann. Xylem würde mich aber eher vom, naja, ich sage mal von der Moral her noch ein bisschen mehr reizen, weil man einfach nochmal mehr Gutes tut auf der ganzen Welt. Denn Xylem ist weltweit aktiv und ja, als Anleger hat man ja nicht nur für sich die Verantwortung, Rendite zu erzielen, sondern eben auch die Verantwortung, dass man das Kapital, das Geld nicht brach liegen lässt, sondern eben arbeiten lässt. Richtig. Und das wiederum eben produktiv, sodass man Zugänge und natürlich auch den Wohlstand auf dieser Welt weiter vermehren kann und das geht natürlich nur über Investitionen, über Kapital. Richtig und beim Thema Wasser ist das natürlich auch ein hoch emotionales Thema. Wir haben es gerade auch bei den Fakten gehört. Ich bin ziemlich schockiert, was ich da lesen musste und kann eigentlich nur hoffen, dass die Investitionen in diese ganze Thematik Wasser, Wasserkreis, Wasserwirtschaft und auch Wasseraufbereitung und Versorgung deutlich zunehmen werden. Ich würde das ganze Thema tatsächlich über American Water und einem ETF spielen. Ja, na klar, verständlich. Das ist auch wirklich eine wirkliche Option für mich, weil ich glaube, dieses Thema sollte in keinem Depot vergessen werden oder ausgeblendet werden. Ja, ich habe es bisher noch nicht im Depot. Ich auch noch nicht. Ich hatte Xylem mal. Stimmt, aber Wasser habe ich im Prinzip überhaupt nicht abgebildet bisher im Depot. Ich habe Denner hier. Ja gut, Denner hier stimmt, da bist du schon ein bisschen mit drin, wobei der nicht in diesem ETF von den Topf mit aufgetaucht ist. Nee. Das stimmt, aber ja, interessant ist es auf jeden Fall und wie gesagt, man kann hier was Gutes tun. Es ist vor allem auch ein Investment, wo man, ich sage mal, nicht nur weiß, dass man ein gutes Unternehmen hat vielleicht im Depot, sondern wo man auch weiß, dass es für einen guten Zweck ist. Richtig. Jetzt schreibe uns gerne einmal in die Kommentare, wie spielst eigentlich du das Thema Wasser im Depot? Hast du eines dieser drei Unternehmen im Depot oder vielleicht auch ein ganz anderes oder deckst du es über einen ETF ab? Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt natürlich, wenn wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.